Hallo zusammen und willkommen zum ersten Flau-zu-Wau-Video aus der Luminar AI Reihe. Ich möchte dir nach all den Theorie-Videos der letzten Wochen jetzt endlich mal Praxis zeigen. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuschauen und hoffe es sind ein paar nützliche Tipps und Tricks für dich mit dabei. Das erste was ich jetzt mit diesem Bild machen möchte, ich möchte die Verzerrung herausbekommen. Das kann ich machen, indem ich in die Rubrik der Professional Filter wechsle und hier den ersten Filter Optik öffne. Hier habe ich die Möglichkeit den Haken bei automatischer Verzerrungskorrektur zu setzen. Achtet jetzt einfach mal nur auf das Bild. Ich werde den Haken jetzt setzen und da ist gerade die Entzerrung durchgeführt worden. Man hat das gesehen, das Gebäude hat sich so ein ganz klein bisschen auf uns zubewegt. Das zweite was ich jetzt hier gleich mitmachen möchte, das sind die chromatischen Apparationen entfernen. Dafür werde ich mal in das Bild reinzoomen bzw. wir gucken mal, ob das vielleicht schon bei der Größe hier sichtbar ist. Ich werde einfach mal noch weiter reinzoomen. Jetzt sind wir bei fast tausendfacher Vergrößerung und achtet einfach mal hier auf diese grünen und pinken Streifen, die ich hier gerade mit der Maus umrande. Wenn ich jetzt die chromatischen Apparationen hier den Haken setze, dann sollte er das jetzt rausrechnen. Ich klicke einmal rein und wir sehen hier, er hat das hier doch relativ gut hinbekommen. Hier leider überhaupt nicht, das hat er gar nicht rausgenommen, auch hier nicht. Aber hier in dem Bereich konnte man das eben ganz gut sehen. Bei über tausendfacher Vergrößerung oder bei einer Vergrößerung von tausend Prozent. Wenn ich das Ganze jetzt hier wieder auf Bildschirmgröße anpasse, dann sieht man das natürlich nicht so deutlich wie eben in der Vergrößerung. Als nächstes möchte ich jetzt das Seitenverhältnis des Bildes anpassen. Dafür wechsle ich wieder zurück in die Rubrik der wesentlichen Filter und öffne mir Bildaufbau AI. Hier habe ich die Möglichkeit, das Verhältnis auszuwählen. Derzeit ist das Original, das ist das 3 zu 2 Format und ich möchte dieses Bild ins 16 zu 9 wechseln. Da klicke ich einmal drauf und dann ist das Ganze auch schon passiert. Jetzt haben wir hier natürlich stürzende Linien. Auch die können wir hier rausnehmen, indem wir über die künstliche Intelligenz von Luminar AI die Perspektive berechnen lassen. Da klicke ich einmal hier drauf und jetzt sollten die stürzenden Linien gleich auch begradigt sein. Das sehen wir hier ganz gut. Und diese Fensterreihe hier oder diese Fensterbank, die läuft jetzt wirklich gerade runter. Jetzt haben wir natürlich in der Horizontalen eine leichte Schrägstellung. Das können wir über die Perspektive, über diesen zweiten Button hier auch weitestgehend einstellen, dass das jetzt horizontal auch begradigt wird. Hier hat er das jetzt angepasst. Das sieht jetzt nicht ganz so gut aus. Wir sehen es einmal hier, dass es schräg läuft und auch hier an der Fensterbank, dass es nicht ganz passt. Deshalb können wir das Ganze auch nochmal so ein bisschen nachregulieren. Wir sollten aber vorsichtig damit umgehen. Sonst haben wir uns nämlich auch hier das hier wieder schräg gestellt. Ich werde das Ganze jetzt mal minimal anpacken. Das war in die falsche Richtung gezogen. Können wir noch einen Ticken hoch gehen. Und jetzt würde ich sagen, sieht das Ganze nicht ganz. Jetzt sind wir wieder an der Fensterreihe angekommen, die nicht ganz so passt. Ja, wenn ich jetzt diese Fensterreihe mir anschaue, das ist horizontal gerade. Ich würde sagen, das können wir so lassen. Und das hier sieht auch noch ganz gut aus. Und dann bestätigen wir das, indem wir den Filter einfach zumachen. Jetzt rechnet er das Ganze durch und packt uns das Bild ins 16 zu 9 Format. Und wir haben auch stürzende Linien entfernt. Der nächste Filter, den ich jetzt nutzen möchte, ist der Filter Belichtung. Also meine Grundbearbeitung durchführen. Und ich möchte als erstes mal die Lichter ein bisschen abdunkeln auf einen moderaten Wert und die Schatten im Gegenzug aufhellen. Hier wird dann ganz deutlich der Himmel etwas hervorgehoben und auch im Vordergrund das Kopfsteinpflaster. Hier wird etwas aufgehellt. Das gefällt mir eine ganze Ecke besser als das Original. Und dann möchte ich in die Unterrubrik Schwarz-Weiß wechseln. Weiß brauche ich in dem Fall nicht. Aber ich möchte das Schwarz etwas abdunkeln und nehme hier so einen Wert minus 15. Das reicht hier erstmal vollkommen aus. Dann werde ich noch eine kleine Kurve hier einbauen, eine kleine Kontrastkurve. Heißt, ich setze mir diesen Punkt hier und ziehe den ein bisschen nach unten. Und setze mir einen weiteren Punkt auf diese Schnittkante und ziehe den Punkt so ein ganz klein bisschen nach oben. So sieht das schon mal nicht schlecht aus. Jetzt haben wir den Kontrast verstärkt über diese kleine S-Kurve, die wir hier eingefügt haben. Wir können das Ganze auch hier nochmal was anpassen. So sieht das Ganze noch einen Ticken besser aus. Und intelligenter Kontrast brauche ich in dem Fall nicht. Temperatur und Färbung gefällt mir so auch sehr gut. Und die Belichtung, wenn ich das Histogramm einblende, wir sind schon hier auf der linken Seite. Ich möchte das Ganze aber nicht noch weiter aufhellen. Es ist nun mal ein Bild, was bei Nacht entstanden ist. Und trotz dieser vielen Lichter sind wir doch hier relativ dunkel unterwegs. Das Histogramm werde ich mir mal wieder ausblenden. Das stört mich bei dieser Größe nur und komme dann schon zum nächsten Filter und zwar zur Struktur AI. Hier möchte ich die Struktur ein ganz klein bisschen anheben und das auch nur im Bereich des Hauses. Das bedeutet, ich werde mir jetzt hier eine Maske aufziehen, lasse das Ganze hier mit diesem Pinsel Radius. Den werde ich mal so lassen. Die Weichheit nehme ich einen Ticken runter und die Deckkraft, die möchte ich gerne hochziehen. Und dann würde ich sagen, machen wir das Ganze noch einen Ticken größer, dass das nicht so lange dauert. Und jetzt male ich mir den Bereich, den ich mit Struktur versehen möchte, hier ein. Also alles, was zur Straße und zum Gebäude zählt, möchte ich hier anpassen. Und den Himmel, den möchte ich außen vor lassen. Hier muss ich jetzt gleich mal auch das Radieren-Werkzeug, hätte ich beinahe gesagt, umstellen, auf Entfernen. Und hier nehmen wir jetzt die Weichheit nochmal eine ganze Ecke runter und auch den Radius. Und dann fangen wir an, nehmen den Teil im Himmel wieder raus. Auch hier wieder die Information. Wenn das jetzt nicht in dieser Demo wäre, würde ich das Ganze feiner machen. Dann würde ich das Bild auch vergrößern. Jetzt hier zur Demo soll es einfach nur zeigen, was wir hier machen wollen. Und dann machen wir das Ganze nochmal eine Nummer kleiner. Mal gucken, wir mal. Schauen wir uns hier diese Spitze wieder rein. Und blenden uns jetzt mal die Maske ein. Noch mal kleiner werden. Setzen da noch so einen Peak hin und da. Und das können wir so lassen. Das passt soweit. Und dann werden wir jetzt hier den Filter zumachen. Dann verschwindet auch die Maske. Und dann können wir das Ganze auch mal ausblenden. Man sieht das sehr gut hier vorne, dass wir da an Struktur gewinnen. Im Kopfsteinpflaster. Oder aber auch hier in diesem Bereich, wenn ich den Filter einschalte, sieht man deutlich, dass hier die Struktur der Steine zunimmt. Das nächste, was ich jetzt machen möchte, ich möchte das Bild nachschärfen und die Details verstärken. Und um das besser erkennen zu können, werde ich jetzt den Schwarz-Weiß-Filter öffnen und das Bild einmal in Schwarz-Weiß konvertieren. Das werden wir gleich, nachdem ich die Details angepasst habe, wieder rückgängig machen. Wechsle jetzt rüber in die Details und vergrößere mir das Ganze mal auf 200%. Suche mir dann hier eine gute Stelle aus, wo man das ganz gut erkennen kann. Und dieses Tor hier bietet sich doch dafür ganz gut an. Die kleinen Details werde ich jetzt hier moderat anpassen auf etwas unter 10. Die mittleren Details sogar unter einen Wert 5 oder genau 5. Das ist nicht ganz so entscheidend. Und die großen Details ebenfalls auf so einen Wert um die 5 plus minus 1 ist nicht ganz so dramatisch. Wenn ich das Ganze jetzt hier schon einmal ausmache, dann sieht man schon in diesen Steinen, wie detailreich das doch jetzt noch geworden ist. Und jetzt passen wir die Schärfe noch an und nehmen hier so einen Wert um die 35. Das reicht vollkommen aus. Und jetzt sieht das schon wirklich schön scharf aus. Auch hier, wenn ich den Filter ausmache und wieder einschalte, man sieht deutlich die Veränderung. Und jetzt kann ich auch hergehen und kann den Schwarz-Weiß-Filter ausmachen und das Ganze nochmal mir anzeigen lassen. Man sieht das natürlich, aber über dieses Schwarz-Weiß hat man einfach ein besseres Auge dafür, ob man nicht vielleicht auch schon überschärft hat. Jetzt passe ich das Ganze hier wieder an und dann gucken wir uns auch nochmal an, wie das ausschaut. Vorher, nachher und auch hier fällt wieder deutlich in den Steinen auf, wie detailreich und scharf doch jetzt das Bild ausschaut. Der nächste Filter, den ich jetzt nutzen möchte, ist der Filter Landschaft. Ursprünglich hatte ich eigentlich überlegt gehabt, über den Filter Farbe hier so ein bisschen Farbe rauszunehmen. Ich hatte mir da so gedacht, ich nehme die Dynamik und ziehe die Dynamik auf einen Wert von minus 30. Sieht natürlich jetzt auch gut aus, aber mir hat dann hinterher doch die Variante mit dem Filter Landschaft besser gefallen. Das ist natürlich so ein bisschen Geschmackssache. Ich habe den Dunst angepasst und zwar auf so einen Wert knapp über 15 und die goldene Stunde habe ich auf 20 gestellt. Und wenn ich mir das Ganze jetzt mal angucke, vorher, nachher, finde ich, gibt das dem Ganzen nochmal zusätzlich eine gewisse Kraft in das Bild. Und es hat mir persönlich einfach besser gefallen, als mir die Farbe rauszunehmen. Der nächste Schritt, den ich machen möchte, ich möchte dem Bild noch eine kleine Vignette geben. Dafür werde ich das Ganze hier ins Minus ziehen. Also ich werde die Ränder etwas abdunkeln und hier reicht tatsächlich so ein kleiner Wert von minus 30. Und über die erweiterten Einstellungen möchte ich die innere Helligkeit, also den Punkt in der Mitte, aufhellen. Und hier ist so ein Wert, ja, sehr moderat, irgendwie so um die 20. Das reicht vollkommen aus. Und sehr, sehr gut sieht man das jetzt natürlich auch wieder, wenn wir den Filter einmal ausmachen und dann wieder einschalten. Dann bekommen wir hier in diesem Bereich die Strahler, die von hier unten hoch leuchten, nochmal so richtig so ein bisschen mehr zur Geltung. Das Ganze bekommt nochmal so ein bisschen Kraft und lenkt halt auch auf dieses Tor so ein bisschen hin. Der letzte Schritt aus dem Grundworkflow ist jetzt, ich möchte hier noch ein störendes Element entfernen und zwar hier unten diesen pinkfarbenen Wassereimer. Dafür zoome ich jetzt mal hier unten drauf. Das können wir auch relativ groß machen. Umso einfacher lässt es sich arbeiten. Dann nehme ich das Radieren-Werkzeug und jetzt ist er schon soweit. Jetzt kann ich die Pinselgröße noch anpassen. Ich würde sagen, wir lassen das Ganze mal so. Und dann wählen wir das aus. Wir passen auf, dass wir hier nicht den silbernen Pfeiler mitnehmen. So, und dann gucken wir, dass wir wirklich alles, was pink ist, beziehungsweise was zu diesem Eimer gehört, mit wegnehmen. Auch hier diesen Schatten. Und malen das mal aus. Und dann gucken wir mal, wie gut er das jetzt hier mit dem Radieren-Werkzeug wegbekommt. Sagen, er soll mal radieren. Da war das Radieren. Und dann gucken wir mal, was er macht. Ob er was Gescheites macht oder ob er Murks macht. Boah. Ich habe auch schon mal was Besseres gesehen. Aber das können wir ja nochmal nachpinseln. Dann sagen wir einmal hier. Vielleicht müssen wir das etwas kleiner machen. Ja, das sieht jetzt nicht ganz so toll aus, was er jetzt hier gemacht hat. Schade. Ich möchte eigentlich das Klonen- und Stempeln-Werkzeug vermeiden. Schauen wir mal. Ob das jetzt besser aussieht. Ich sage mal, wir sind hier immer noch in 640-prozentiger Vergrößerung. Das sieht jetzt schon deutlich besser aus. Das werden wir vermutlich in der normalen Ansicht gar nicht mitbekommen. Aber ich möchte es halt trotzdem, naja, so gut es geht wegmachen. Jetzt hoffe ich, dass er jetzt hier ein Stück... Ja, machen wir das hier noch. Gucken wir mal, ob wir da vielleicht noch irgendwie was Gescheites bekommen. Ja, so gefällt mir das ganz gut. Ich kann das Ganze jetzt hier einmal bestätigen, indem ich das zumache. Jetzt hat es einen Moment gedauert. Und jetzt gehen wir wieder auf Bildschirm anpassen. Wenn wir jetzt mal gucken. Hier stand das. Und jetzt sieht man das hier nicht mehr wirklich. Das gefällt mir wirklich gut. War jetzt ein bisschen Fummelarbeit, bis er das vernünftig hier dargestellt hat. Aber von diesem pinken Eimer sehen wir in der normalen Bildschirmansicht jetzt nichts. Und jemand, der nicht weiß, dass da in der Eimer stand, dem wird das auch nicht auffallen. Das ist also mein Grundworkflow für dieses Bild. Ich werde jetzt noch zum Kreativteil übergehen. Für all die, die das nicht so wirklich interessiert, sondern die einfach nur die Grundbearbeitung sehen wollten, sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe natürlich, dass ihr alle mitkommt und euch auch den Kreativteil anschaut. Da geht es jetzt weiter. Ja, jetzt im zweiten Teil kann ich meiner Kreativität freien Lauf lassen. Ich möchte das Bild jetzt etwas düsterer gestalten. Dafür rufe ich mir nochmal den Filter Vignettierung auf. Und wenn ich die Stärke jetzt noch weiter herabsetze, dann wird das Ganze weiter abgedunkelt. Und hier können wir tatsächlich so einen Wert, ja, minus 85 stehen lassen. Wir sehen hier unten trotzdem noch das Kopfsteinpflaster. Aber das ist schon mal eine ganze Ecke dunkler wie noch das Bild zuvor. Was ich jetzt noch machen möchte, Größe kann ich so lassen. Die Rundheit können wir ebenfalls lassen. Aber die weiche Kante möchte ich anpassen. Und zwar, wenn ich das nach links ziehe, dann siehst du, bekomme ich eine harte Kante. Ich möchte das natürlich nach rechts haben, um das Ganze weicher zu gestalten. Und auch hier ein sehr hoher Wert, um die 90, passt hier eigentlich wirklich gut. Die innere Helligkeit lasse ich bei 20. Wenn ich die erhöhen würde, dann brennen mir nicht nur hier die Leuchten aus, sondern fängt das auch hier oben an auszubrennen. Und ich finde, dafür, dass wir den Rest jetzt hier rundherum abgedunkelt haben, bekommen wir nochmal so eine Führung auf dieses Tor. Den nächsten Schritt, den ich jetzt durchführen möchte, dafür wechsle ich in die Rubrik der Kreativfilter. Und ich möchte diesen Hof mit Nebel füllen. Ich möchte das Gefühl vermitteln, dass hier in den Hof Nebel reinzieht. Das kann ich natürlich machen, indem ich mir Stimmung AI aufrufe und dann den entsprechenden Nebel aussuche. In dem Fall ist das hier Dunst. Dunst liegt ja im Tal oder auf dem Boden und nach oben hin wird er weniger. Das können wir jetzt hier mit diesem Kreativfilter auch erzeugen. Wir nehmen hier einen Wert, ja, irgendwo so. Starten wir einfach mal mit 60 und gucken, wie sich das dann hier im Bild entwickelt. Jetzt haben wir natürlich im Vordergrund überhaupt keinen Nebel. Das können wir über die Tiefe anpassen. Und bei der Tiefe werde ich so hoch gehen, dass auch dieser kleine Teil hier unten, der noch zu dunkel ist, mit im Nebel verschwindet. Und das wäre jetzt der Fall. Und da sind wir irgendwo so zwischen 65 und 70. Die Belichtung möchte ich etwa auf die Hälfte herabsetzen, so um die 50. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, wir gucken mal, wie sieht das mit dem eigenen Geschmack aus. Reicht das schon einem, wie der Nebel jetzt aussieht oder möchte man etwas weniger oder aber etwas mehr haben? Ich würde sagen, wir können dem Ganzen hier so ein bisschen mehr geben. Wir geben hier einfach mal 70 hinzu. Und jetzt hat man so das Gefühl, dass der Nebel hier ins oder in den Hof reingezogen ist. Und nach oben hin wird das Ganze weniger. Ein weiterer Filter aus dem Kreativbereich, den ich anwenden möchte, ist der Filter Mystisch. Ich hatte ja gesagt, ich möchte das Bild so ein bisschen mystisch bekommen. Und das können wir hier natürlich über den Filter Mystisch noch etwas verstärken. Und zwar werde ich die Stärke hier moderat auf so einen Wert um die 30 anpassen. Du siehst, das erzeugt eine interessante Stimmung. Auch hier, man sieht das sehr gut, das Licht hier und auch daneben die dunklen Bereiche. Das ist fast schon so eine Art Dodge and Burn, das wir hier aufziehen. Das ist jetzt ein bisschen dunkler geworden, genauso wie das hier. Aber das hier in der Mitte, wo der Lichtstrahl nach oben geht, das ist ein bisschen aufgehellt worden. Also schon so eine Art Dodge and Burn. Jetzt können wir die Schatten noch anpassen. Können hier sagen, wir ziehen das Ganze ein bisschen nach rechts. Oder aber wir dunkeln das noch so ein bisschen ab. Sagen hier, nehmen einen Wert zwischen 15 und 20. Und ja, Glätte würde ich sagen, das können wir bei 0 stehen lassen. Und einfärben möchte ich das Ganze auch nicht. Also weder kühler noch wärmer gestalten. Gefällt mir von der Bearbeitung so eigentlich ganz gut. Ja und vielmehr ist es im Kreativteil auch gar nicht. Das waren jetzt drei Filter. Einen, den ich nochmal anpassen musste. Zwei, die noch hinzugekommen sind. Und wenn ich mir das Ganze jetzt hier mal in der Halb- und Halbansicht angucke. Das ist das Ausgangsbild. Also das, was als RAW aus der Kamera kam. Und das habe ich jetzt im Endeffekt daraus gemacht. Oder aber ich möchte jetzt das vorherige Bild mir anzeigen lassen. Dann muss ich natürlich hier so ein bisschen was anpassen. Dann muss ich den Filter ausschalten. Den Mystisch-Filter ausschalten. Und die Vignettierung hier anpassen. Wieder auf den Wert minus 30 stellen. Und die weiche Kante zurücksetzen. Das sind die beiden Varianten, die ich jetzt hier in diesem einen Video dir gezeigt habe. Ich bin der Meinung, beide Bilder haben zu Recht von mir das Zertifikat von Flau zu Bau bekommen. Beide gefallen mir sehr, sehr gut. Das Bild, was du jetzt siehst, das ist die realistische Variante. Und das zweite Bild mit dem Filter Nebel und Mystisch, das ist die Kreativ-Variante. Welche der beiden Varianten gefällt dir besser? Das kannst du mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Da bin ich echt mal gespannt, wie da eure Reaktionen auf diese beiden Bilder sind. Ich bin am Ende des Videos angekommen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben dalassen würdest. Ist das jetzt das erste Video, was du dir von mir anschaust, würde ich mich natürlich riesig darüber freuen, wenn du den Kanal abonnierst und die Infoglocke aktivierst. Jedes Mal, wenn ich dann ein neues Video veröffentliche, bekommst du von YouTube eine Information darüber. Bist du jetzt auf den Geschmack gekommen und möchtest auch mit Luminar AI arbeiten, dann schau mal in die Videobeschreibung. Dort habe ich dir einen Link hinterlegt, über den du das Programm beziehen kannst. Das Ganze ist ein Affiliate-Link. Das bedeutet, du musst nicht mehr für das Programm bezahlen. Ich bekomme aber eine kleine Provision von Skylum, wenn du dir das Programm über meinen Link zulegst. Auf die Art und Weise kannst du mich und meine Arbeit hier auf dem Kanal ein klein wenig unterstützen. Zusätzlich gibt es noch einen Rabattcode, der ist nochmal in der Videobeschreibung hinterlegt. Darüber kannst du nochmal einen kleinen Betrag einsparen. Ich sage Dankeschön, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, du guckst auch mal bei meinen anderen Videos vorbei und wünsch dir einen schönen Tag, einen schönen Abend oder einen guten Morgen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich dich im nächsten Video wieder begrüßen darf. Ciao!